Grüß Gott und herzlich willkommen beim GPS Radler. Heute brauche ich mal deine Stimme, denn wie du sicherlich weißt, gibt es neben diesem YouTube-Kanal auch noch den GPS Radler Blog. Und genau dieser Blog ist nominiert für die Wahl zum besten Fahrradblog des Jahres 2022. Ich bitte dich also, stimme für den GPS Radler. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Das ist ganz einfach. Wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt mal am Rechner. Über den Link aus der Beschreibung oder hier aus dem Blog kommst du zu der Abstimmungsseite und musst hier die Datenschutzbestimmungen bestätigen. Und jetzt kannst du hier aus der Liste der Allrounder den GPS Radler wählen, auf Weiter klicken. Wenn du einen der Preise gewinnen möchtest, kannst du hier deine E-Mail-Adresse eintragen. Ansonsten klickst du einfach auf Fertig. Das war's auch schon. Vielen Dank an dieser Stelle für deine Stimme. Ich halte dich auf dem Laufenden und drück dir ganz fest die Daumen, dass du einen der Preise gewinnst. Wir sehen uns im nächsten regulären Video mit vielen Tipps und Tricks zur Outdoor-Navigation. Bis dahin. Ciao, euer Matthias. Bis dahin. Bis dahin.